Okay. Jo, warum auch nicht? Das muss Williams Schlüssel sein. Ja. Okay. Ich hab das jetzt eigentlich nur so geahnt, weil ich, äh, ach. Keine Ahnung. Ich bin gut in sowas, ja? Lasst mich. Dann gehen wir mal... Wo ist eigentlich Dingens hin? Hermann. Hermann macht mir Angst. Wahrscheinlich, ähm, versteckt er sich erst irgendwo. Aber wir haben jetzt den Schlüssel, das ist mega. So, nach oben. Nach oben. Nach oben. Weiter. Weiter nach rechts. Und dann weiter, weiter, weiter. Da... Dass man so viel laufen muss, das ist ein bisschen schade. Und ich könnte... Ich würde es erfreuen, dass wenn ich mich teleportieren könnte. So... Findest du lustig, wie er auf einer Stelle geht? Voll witzig. So... Oh! Geil. Achso. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Ich habe Williams Schlüssel auf der anderen Seite der Tür stecken lassen. Offenbar klemmt das Schloss. Oh Gott. Wie dumm bist du? Wie kann man denn... Secret... Unitär? Na? Ist da was? Viele Schriftrollen und Papiere, aber nichts in Williams Handschrift. Irgendwo muss er doch seine wichtigen Notizen gemacht haben. Hm... Da ist ein Spuckkasten. Okay. Okay. Hallo. Mir ist, als hätte ich diese Melodie schon mal gehört. Ja. Okay. Das war ja gruselig. Ja. Sehr gruselig. Ehrlich. Ich hab nur fast in die Hose gemacht. Achso. Mir ist, als hätte ich diese Mel... So. Hm. Vielleicht, äh... Hast du das mal gehört, wo du eingeschlafen bist? früher als Kind? In diesem grusigen Haus? Der Deckel lässt sich nicht bewegen. Hm. Ja, ja, ja. Ist okay. Warum sind hier so viele Truhen drin? What the fuck? Der Deckel ist abgeschlossen. Hm. Die Schublade können wir mal angucken. Ne, können wir nicht aus dem Fenster gucken. Schachbrett. Schachbrett. Der schwarze Turm fehlt. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich den schwarzen Turm suchen. Ist das doof? Oh Gott. Ist das doof? Ist der doof? Das hab ich nicht gesagt. Hehehe. Mehrere mit Notizen beschriebene Schriftrollen. Sie enthalten nichts nützliches. Okay, dann die Schublade. Ja. Hm. 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 Ah, oh. Dieser Titel ergibt keinen Sinn. Dieser Titel ergibt keinen Sinn. Das muss ich mir näher ansehen. Okay. Heißt dieses Buch Twilight? Oder was ist hier los? Guck mal das Buch an. In dem Buch ist ein kleiner Schlüssel. Einige Seiten wurden ausgeschnitten, um einen Schlüssel zu verstecken. Den stecke ich ein. Hm. Super. Ja. Wir haben einen Schlüssel. Wo könnten wir den Schlüssel gebrauchen? Gucken wir mal rum. Ist das der Schlüssel? Ah, ja. Ist es. Ah. Gucken wir mal rein. Das ist eine seltsame Kugel. Oh, hier ist mal wieder ein Globus. Ich glaube der Typ. Ne? Der stand auf Globusse. Alte Karten, ein Globus und ein Sextant. Wofür hat William das alles gebraucht? Und sich so befrieden. Ehrlich. Dieses Haus besteht nur aus Globus. Komischerweise ist das Haus kein Globus. Ey, ein Haus aus einem Globus. Das hier ist doch voll awesome. Richtig awesome. Ich glaube ja. Ey, das ist so die leine Idee. Nichts aufschreiben. Ja, das ist meine Idee. Hm. Fühlt sich kalt an. Fühlt sich kalt an. Ich glaube es ist ein Drachen. Sie fühlt sich merkwürdig an. Hm. Fühlt sich merkwürdig an. Mama. Ja. Ja. Trotzdem habe ich jetzt eine Kugel. Das ist kein schwarzer Baum. Das soll ich merken, wenn das ein schwarzer Baum ist. Astrologische Karten. William war von den Sternen und dem Weltall fasziniert. Ich glaube aber nicht, dass sie mir weiterhelfen werden. Haben wir eigentlich, äh... Ne. Das Boot hat er weggeschmissen. Voll gut. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Was ist mit dem? Der Deckel lässt sich nicht bewegen. Komisch. Bumm Bumm. Nein? Schade. Sie fühlt sich merkwürdig an. Was soll ich damit machen? Ich verstehe es nicht. Hm. Ich weiss sie in die Luft. Schau, ob sie fliehen kann. Nein, sie kann nicht fliehen. Woher könnte der schwarze Bauer denn sein? Das freu ich mich gerade. Vielleicht ist hier noch was drumherf? Ich will den scheiß Bauer nicht, ey. Ich bin voll blind. Kann man doch so blind sein, ehrlich. Hmm. Du gibn nicht auf. Wir haben auch nichts dabei. Wenn wir den Hammer gehabt hätten, ne? Sag ich nur. Ey, wieso nimmt er dir nicht die Schwerter? Achso, ich dachte schon. Kunsekretariat? Kunsekretariat? Eh, keine Ahnung. Nee. Achso. Nee. Ah, Sofigo. Das ist aber ein schwarzer Turm. Und kein schwarzer Bauer. Oder brauchen wir einen Turm? Ich hab keine Ahnung. What the fuck? What the fuck? Wieso hat man... What the fuck? What the hell? Wieso hat man denn ein kleines... What the hell? Vielleicht kriegen wir jetzt die Truhe... What the fuck? Nein. Dann müssen wir uns erstecken. Nein, auch nicht. Vielleicht die Tür. Ich versuche den Riegel hochzuschieben. Geschafft. Yay! Ja. Total sinnfrei. S-s-s-sinnfrei. Ich bin immer noch ein bisschen geschockt. Wieso hat man... In einem kleinen Turm... Der... Ich hätte immer noch vorgeschockt. Ah, auf den. Dieser Turm ist jetzt so groß. Ich muss Williams Arbeitszimmer gründlich durchsuchen. Aber du hast doch schon alles gesehen. Was ist denn noch da? Hm. Ich habe keine Ahnung, was er noch will. Ich habe keine Ahnung, was er noch will. Was willst du denn noch hier? Hier ist nur noch der Tod. Glaube ich. Der Deckel lässt sich nicht bewegen. Der Deckel lässt sich nicht bewegen. Der Deckel lässt sich nicht bewegen. Vielleicht kann ich ja... Nein. 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 Am besten mit... Mit dem Messer erstmal auf das gerissene Bild gehen. Total gut. Was ist das für ein... Ich will auch so einen Turm haben. Voll cool. Voll geil. Ich muss Williams Arbeitszimmer gründlich durchsuchen. Was ist denn noch hier? Ist doch gar nichts mehr. Ich will auch so ein Messer haben. Voll cool. Beste Messer überhaupt. Ehrlich. Das ist das... Beste, was ich jetzt gesehen habe. Ehrlich. Alles andere... Hat keinen Sinn mehr in meinem Leben. Nur, wir kommen hier nicht raus, weil irgendwie... Der Typ ja noch... Irgendwas sucht, obwohl... Es gar nichts mehr hier gibt. Hm. Ich hab keine Ahnung. Was sucht er denn noch? Ich meine, wir haben Eis geguckt... Ich meine, wir haben Eis geguckt... Und habe ich was... Ich bin nicht bemerkt... Was ich noch brauche. Ich weiß es nicht. Hm. Ich hab keine Ahnung... Ich hab keine Ahnung... Ich hab keine Ahnung... Die Tore kriegen wir nicht auf. Und er will sie auch nicht öffnen hier mit. Obwohl es eigentlich voll logisch ist. Ich hasse diesen Menschen. Ich klicke mich jetzt erstmal rum. Ja. Ähm... Ähm... Ja... Passive Truhe, hm, auch nix, komisch, aber wir brauchen auch noch den Bauer, aber irgendwie Tief und wenig. Das ist immer so ein Scheiß, weißt du? Wie ich schon gesagt, man kommt nie weiter in diesem Spiel! Man! Wieso kommt man denn hier nie weiter? Ich... ich verstehe es nicht. Irgendwie... können wir auch nix machen. Ich bin zu doof für sowas, ehrlich. Hier ist auch nix drauf. Hm. Hat er überhaupt was vorgelesen? Irgendwie nicht, ne? Ich hätte jetzt sogar erwartet so, ja, äh... Irgendwie so ein Tagebuch von ihm. Dass es anscheinend nicht gibt. Irgendwie Notizen, wo er sich das aufgeschrieben hat, aber... Hey, der Mann hat alles in den Kopf gehabt. Also braucht er ja keins. So ein Notizbuch, Settel, keine Ahnung. Boah, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Wir sind immer so richtig weit, ne? Und dann sowas. Und wo könnte dieser dumme Bauer sein? Mein Gott! Ich meine, hallo? Ich muss Williams ab... Geh doch aus! Geh doch einfach raus! Raaus! Ich muss Williams' Zimmer grünlich untersuchen. Ja, aber dann mach es doch! Meine Fresse! Ach, ich hasse Menschen. Aber es ist DICH! Hier ist gar nix. Ich verstehe es nicht. Zing, 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 zing! Schwarzer Turm? Kleines Fässer. Schwarzer Turm? Kleines Fässer. So interessant, ey. So cool. Naja. Zing! Was soll ich damit machen? Das verstehe ich nicht. Wird wahrscheinlich später noch gesagt, was ich damit machen soll. Aber bis jetzt, äh, ja. Ja. Ich komme hier auch nicht mehr weiter. Vielleicht... ... ... ... ... ... .... ... ... ... Zing, ... ... Was ist denn hier noch? Und er hilft auch nicht. Flachnase. Beste Spruch überhaupt. Beste Beleidung ever. Flachnase. Im Moment kein Interesse. Vielleicht kann ich hier was ausstecken. Oh Gott. Wieso hat dieser komische Typ, der das getan hat, nicht alle gleich von diesen komischen Leuten hier umgebracht? Müsste ich das jetzt nicht spielen. Ich weiß, das war voll nett. Was? Sind das Beine? Sieht so aus, ne? Also für mich sehen das aus wie kleine Beinchen. Richtig wird's nicht. Also wir haben jetzt ein Buch gefunden, was er weggespissen hat. Dann hat er noch ein Buch gefunden, das er nicht angeguckt hat, glaube ich. Oh ja. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Hm. Ich meine... Ich meine... Ich meine... Hallo? Irgendwas fehlt hier. Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Ich weiß aber nicht was. Irgendwas fehlt. Ich weiß aber nicht was. Hm. Hm. Was fehlt denn hier? Na ja. Na ja. Oh Mann ey. Das Spiel. Das macht mich krank. Das war... Das war... Irgendwas fehlt. Ich weiß aber nicht was. Na ja. Ich sag erstmal jetzt, äh... dass ich eine Pause mache. Und dann... Schauen wir uns... Äh... Ja. Sehen wir uns... Hören wir uns... Später! Weil ich nehme jetzt auch schon wieder recht lang auf. Und... Ja. Voll die gute Austreter. Ich nehme voll lange auf. Also... Na ja. Bis dahin sag ich erstmal tschau. Tschau!